Ich hab schon wieder Impostor. Ich würd' dich nur echt... Ich hab schon wieder... Mann, ich hab gleich einen Spot wie Mizuki gespawnt. Möcht' dir bitte Impostor sein. Das ist Schicksal. Ich hoffe, dieses stelle ich dir einfach Scheiße an und dann ist die Runde schneller vorbei. Schicke dich gleich in einen Saal. Dieses stelle ich bitte einfach nur Scheiße an und dann ist die Runde schneller vorbei. Was? Ja. Okay. Ja. Mann, das ist schade. Nein, das ist es nicht, Danny. Das ist Rechtus. Ah, es ist fucking Desus. Ich hab' keinen Bock, es rausgeworden zu hören wegen der Scheiße. Es ist neben der Leiche. Nein, es ist Desus. Ich stand neben der Leiche. Es ist neben dem Desus. Es ist neben dem Desus. Ich hab' ihn noch direkt nach dem. Ich hab' gesagt, okay. Ich stell' mich jetzt extrem Scheiße an. Es ist ein Schiff um den Siebz fucking, äh. Okay, in diesem Fall. Ich muss einmal kurz eine Sache sagen bevor ich vote. Wenn's jetzt Desus ist, darf er sich nie wieder beschweren, dass ich nicht raushören kann, dass er lügt. Mann, wieso vote denn irgendwer fucking Rechtus? Ihr habt doch nicht mehr alle fucking Schwänze in eurer Hose. Ich stand halt legitim neben der Leiche, weil ich bisschen comedygenius sein wollte. Comedygenius? Nein, da kam halt Danny und hat gesehen, dass ich neben der Leiche einfach nur umstehe. Ja, ja, das sagen sie alle. Mann, du lügst so offen. Ich nehm' ich so nicht gerade umstehe. Ich weiß. Ich mein' natürlich erstes Rechtus. Aber warum ist es denn jetzt Desus? Ich hab' Desus nicht weiterleitet gesehen. Hey, jetzt halt die Schnauze. Tranky hat gesagt, Desus, bitte beeil' dich mit deiner Scheiße und mach' das Sache schnell vorbei und baue irgendeine Scheiße. Hat Desus gesagt, okay. Hat Tranky vor meinen Augen getötet und ich hab's halt nicht direkt reportet, weil's irgendwo fucking funny war. Ich hab' keine Ahnung. Ja, 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 ja. Zudem hat, äh, zu dem Desus muss dort gewesen sein, weil er hat er auch sofort geschrien, dass es Rechtus ist, dass es Rechtus. Ähm, zudem kommt noch dazu, dass er absolut fucking offensichtlich lügt von seinem, kann man auch seine Stimme so hart herausfinden. Man, was für ein fucking Rechtus. Na gut. Oh ja, das war halt fucking... Der Zug war offensichtlich raus, ja. Ich weiß. Aber halt auch nur, wenn ich wirklich lüge, da muss auch ich jetzt raus. Manchmal sagst du das, ich denk mir so, ja. Ja, okay. Manchmal... Ey, das ist immer so diese Mind-Games, die man da auf sich selbst packt, wenn man so versucht herauszuhören. Ich find' das aber viel zu lustig vom Timing, dass Rechtus da übersteht und dann kommt Danny vorbei und sieht, dass er dann das echt ist. Ich hab' übrigens den, äh, YouTube-Account von Fischnostu gefunden. Alter. Da sind jetzt auch Among Us Folgen und da sind wir einfach in den Among Us Folgen von Fischnostu im Hintergrund. Fischnostu. Das Video heißt The Dumbest Strategy in the World. Ich hab' einfach mal bitte googelt, Fischnostu. Und das ist das Einzige, was kam. Fischnostu, ich bin heute nicht lustig. Fischnostu. 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 Ich glaub ich's geschrieben irgendwie, was essenziell dazu beiträgt zu dem Spiel. Nee, das war nicht mal das, was ich meinte mit Überrans. Da haben wir einfach in den Spiegel geguckt. Nee, ich hab einfach darüber nachgedacht, dass diese fucking Proximity-Chat-Sache da bei Danny nicht funktioniert. Ja, okay. Okay, jetzt aber schnell hier. Ich hab für die falsche Richtung, ich weiß nicht mehr, wo was es hier ist. Oh, oh. Ich hab mal nicht mehr, dass die Geruchte ist, der shit schon da, Alter. Das ist der easiest one ever. Eines fucking Sekunden. Ich hab so lange geguckt, was die anderen machen, um abzuwarten, ob noch ein Kill kommt. Ja, der Kind aus Zell war ich ausgemacht. Und schau mal. Du stanzst da so. Das ist so objektiv für den Armen. Na, die ist das richtig gute Runde von dir. Ja, das ist richtig effizient. Das ist deutsche Werderarbeit. Ey, scheiß Vieh, seht ihr das auch? Ja. Ja, ja. Ich nicht. Er darfst nicht aus dem Tisch. Ja, ja. Es freut sich einfach ab. Nein, es freut sich einfach ab. Es freut sich einfach ab. Es steht da einfach. Nee, also das flackert so, kommt gleich hin und her. Und bei mir. Es freut sich einfach, am Leben zu sein. Es möchte seine Freude mit uns allen teilen. Das ist wegen Dancestes. Ja. Was? Ich habe gerade jemanden wenden sehen. Man, ich sollte nicht über das Spiel reden, sorry. Ja, sorry. Ich mache es beim nächsten Mal heimlicher. Die ist es. Aber das ist nicht. Ja, natürlich. Oh, Tränky. Okay. Oh, okay. Warum wird wieder geloilt? Shit. Nein, ich habe eine Map vor mir. Ach so, aber die Map. Kannst du aber wegklicken. Tatsächlich? Oh Gott. Ja, es ist sehr schön. The Map. Ja, genau. Das bin ich. Nee, die hier Dinge hat er gelacht, weil ich... The Map and Teal is the Map. Ja, weil ich dich gesehen habe, bei dem Teal hat er gelacht. Und dem Rechtus bin ich hinterher gelaufen. Schon länger. Und das hat auch... Hier vorher ist uns auch schon Desus entgegen gekommen. Also eigentlich dürfte Desus gesehen haben, wie ich Rechtus hinterher gelaufen bin. Und... Ja, und dann hast du ihn gesehen und self-recorded. Der große Punkt ist halt, wir sind nach oben gegangen. Dann ist Dränky aus dem Wend gehüpft, weil er wahrscheinlich gerade reingegangen ist, als er von Rechtus gesehen wurde. Und du hast Dränky Wenden sehen. Ja, ich habe Dränky Wenden sehen. Ja, das Problem ist aber, dass ich zuerst gesagt habe, dass du es bist. Und das ist immer dann das entscheidende Argument. Wer zuerst hat, hat Recht. Ja, genau. Wer zuerst hat es gerochen, dem ist es wohl aus dem Arsch gekrochen. Ja! Maaan. Ja, ich hätte auch nicht wenig Voten hätte sollen. War schon... Legitim... Mein Gott! Alter, das ist ja schlafen! Ich habe es durch die Wand gesehen, dass der Wend aufgegangen ist. So, ich habe nicht gesehen, wer gewendet ist. Das wollte ich dann machen. Ah, das wolltest du meinen. Nice. Ja, jetzt muss ich ja irgendwie einen killen, der mich brauchen sollte. Weiß, dass du fett bist. Ja. Ja. Jetzt muss ich also zu... äh... Rachev killen. Fang dich doch, du Eierloch! Ja, 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 ja. Ich muss Rachev killen, das ist die einzige Chance, noch zu gewinnen. Doch, du bist im Eierloch, naja. Okay, das ist schon mal gut, dass es keiner weg war. Ey, hier drin gibst du auch schon richtig Hype darauf, dass Morgi wieder Dark Souls Video macht. Alter! Geil! Nee. Auf jeden Fall, oder? Er hat ja wenigstens keine Isaac-Videos mehr hochgeladen. Seit langer Zeit. Ja gut, das war zumindest so ein Nebenprojekt, da hat er ja trotzdem noch andere Uploads gemacht. Aber er hatte immer so eine Dark Souls-Phase, wo er noch Dark Souls spielt. Und das kotzt mich an so. Das ist vor allem allgemein so bei ihm. Ich feiere den Typen, ich mag den mega. Aber manchmal lässt er sich so drüber aus, wie unkreativ andere wären so zum Teil. Und dann macht er das zehnte Mal Mario 64 die Rutsche. Oder Dark Souls, oder was auch immer. Man. Defeat. Willst du knutschen, Nick? Hast du Bock? Wir müssen alle so Nick, einfach so Nick folgen in der Rutsche. Lass uns alle einfach Nick nennen. Wir müssen uns alle Nick nennen einfach. Okay, wir müssen einfach alle dem Typen hinterherlaufen. Naja. Okay, okay. Dann drück und dann verfolgen wir ihn alle. Ja, wir verfolgen ihn alle. Einfach damit keine Ahnung, ob das auch geht. Ich finde das auch so nice, wie man immer darauf kommt, wir müssen das jetzt tun. Machen wir das jetzt einfach. Warte mal, was machen wir jetzt? Wir verfolgen alle Lila. Einfach Lila verfolgen. Nein, der Ball ist. Oh, nein! Das war mir schon zu viel. Okay, lass Steckins, 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 provozieren, ey. Ja, okay, Steckins. Was ist Danny? Ich weiß es nicht. Natürlich bin's ich. Es könnte Dany sein. Ich weiß nicht, ob die Regelung ist, dass die Person, die es war, immer ganz vorne steht, dann... Also ich weiß nicht. Das ist die Regelung. Kann nicht so sein. Er hat keine Ahnung. Ich bin einfach frisch. Ich bin einfach frisch. Ich auch. Ich bin einfach frisch. Nein, da bist du doch ein 2... Ich bin so blöde. Ups. Ich bin einfach frisch. Bei simpler Mathematik schon mal. Wir sind jetzt auf hohem Gericht und so. Nochmal, Stackel, Stackel. Oh shit. Ja, Dany. Wie möchten Sie sich verteidigen? Ich habe Angst. Oh nein, das ist scheiße. Das ist richtig schlecht. Wir müssen da hin. Oh man. Der lief. Man. Hast du meinen Testpost gesehen? Warte mal ganz kurz. Nein, nein, niemand warte, du Huhn. So, was geht ab, Leute? Das ist bloß eine Strategie. Das ist bloß eine Strategie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist Resheef. Ja, nee, fuck, fick dich, Alter. Man hört sowieso schon wieder, dass du fucking lügst. Ich fand einfach das ernst, du. Was macht das Stackel? Wir hatten dann 2 Resheefs und dies ist, weil es instant, dass jemand gekillt wurde und das ist Resheef. Das ist das, Danny. Halte mit mir.